Linguistik in 60 Sekunden Nummer 5 Varietät. Wir beschreiben anhand der Frage, was ist eine Varietät, den Unterschied zwischen Variable, Variante und Varietät. Nehmen wir die Kategorien Eigenschaften und Lebensmotti als mögliche Variablen an, dann lassen sich als Varianten zum Beispiel Unheimlich oder Spooky angeben. Bei den Lebensmotti unter anderem Man lebt nur einmal oder YOLO für You Only Live Once. Sie bedeuten nicht je signifikant anderes, es sind Bezeichnungsalternativen. Können verschiedene Varianten im Beispiel der Lexikon-Idiomatik und Variablen in Kombinationen beobachtet werden, können sie Indiz für eine spezifische Sprachgebrauchsform sein, wie die sogenannte Jugendsprache. Das ist eine Lebensaltersprache, eine transitorische Sondersprache. Kitzdeutsch, weil dies oft diskutiert wird, ist eine Ausprägung genau solch einer transitorischen Sondersprache und keine regionale Varietät, kein Dialekt. Eine Varietät ist eine Sprachgebrauchsform, die sich durch charakteristische sprachliche Merkmale auf unterschiedlichen Sprachsystemebenen auszeichnet. Und die durch eine, auch durch außersprachliche Faktoren definierte Gruppe von Sprecherinnen genutzt wird. Im Kommentarbereich verlinkt ist eine Möglichkeit der Varietätendifferenzierung, der sogenannte und in der Lehre gern eingesetzte Varietätenstern nach Heinrich Löffler. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.